Ni Bungsu Rarang Es waren einmal sieben Schwestern. Die jüngste von ihnen hieß Ni Bungsu Rarang. Ihre Eltern hatten schon lange die Welt verlassen und ihre älteren Schwestern waren allesamt verheiratet. Sie lebten ohne Not in den Häusern ihrer Männer. Nur Ni Bungsu Rarang hatte noch keinen Mann und sie lebte in dem Haus, das ihre Eltern hinterlassen hatten. Das Haus war schon recht morsch. Die altersschwachen Wände klafften und die Pfosten stützten fast zusammen. Sein Dach war undicht und des Nachts, wenn sie auf ihrem Bett lag, konnte Ni Bungsu Rarang die Sterne am schwarzen Himmel blinzeln sehen. Ni Bungsu Rarang Leben war wirklich armselig. Ihr größtes Glück war es, wenn sie einmal am Tage ein einfaches Essen bekam. Es gab weder Fisch noch Fleisch dazu. Sie hatte gerade immer nur das Salz und ein paar junge Blätter, die sie im Wald sammelte. Obwohl Ni Bungsu Rarangs Leben so mühselig war, scheuten sich ihre sechs älteren Schwestern nicht, ihr ihren Lebensunterhalt wegzunehmen. Manchmal erhielten die Bungsu Rarang einen geringen Lohn als Entgelt für ihre Arbeit, wenn sie den Tag über Reis gestampft, das Geschirr gereinigt, Setzlinge gepflanzt oder Feuerholz gespalten hatte. Noch ehe sich Ni Bungsu Rarang aber an ihren Verdienst freuen konnte, kam eine ihrer sechs Schwestern und überredete sie, ihren Lohn zu teilen. Ni Bungsu Rarang war ein gutherziges Wesen und leicht zu überreden und mit der Zeit kamen ihre Schwestern immer häufiger. Und wenn Ni Bungsu Rarang sich einmal weigerte, ihren Lohn zu teilen, weil sie an diesem Tage noch nichts gegessen hatte, scheuten ihre Schwestern sich nicht, sie zu bedrängen und ihr sogar zu drohen. Ni Bungsu Rarang konnte nichts anderes tun, als ihnen den Lohn ihrer Tagesarbeit zu geben. So kam es, dass sie, obwohl sie jeden Tag arbeitete und ein angemessenes Entgelt dafür empfing, nie ausreichend zu essen hatte. Gelegentlich erhielt Ni Bungsu Rarang auch abgelegte Kleider, die ihr die Leute als Lohn für ihre Arbeit gaben. Doch bevor sie sie anziehen konnte, kam eine ihrer Schwestern und bat darum. Daher konnte Ni Bungsu Rarang auch nie ihre Kleider wechseln, sodass sie wegen ihres Alters zerfetzt und verschlissen waren. Jeden Abend, wenn sie von der Arbeit bei anderen Leuten zurückkam, stopfte und flickte sie ihre Kleider, die schon so voller Nähte und Flicken waren, dass ihre ursprüngliche Farbe nicht mehr zu sehen war. Wenn ihre älteren Schwestern Reis stampften oder Feuerholz spalten wollten, riefen sie auch Ni Bungsu Rarang. An diesen Tagen konnte sie nicht bei anderen Leuten arbeiten. Zudem benahmen sich ihre Schwestern sehr hässlich zu ihr. Denn wenn sie ihr mittags etwas zu essen gaben, gaben sie ihr nicht das, was einem Menschen zukommt. Ihr Essen bestand aus Reisabfällen und verdorbenen Gemüse. Aus Hunger und wegen ihrer harten täglichen Arbeit aß Ni Bungsu Rarang aber auch das. Wenn Ni Bungsu Rarang bei anderen Leuten Reis stampfte, sammelte sie gewöhnlich vor dem Nachhausegehen den Bruch Reis ein und nahm ihn mit. Morgens bereitete sie sich damit immer eine Mahlzeit. Wenn sie aber bei ihren Schwestern Reis stampfte, durfte sie den Bruchreis nicht mehr nach Hause nehmen. Wie demütig Ni Bungsu Rarang auch darum bat. Ihre Schwestern fuhren sie nur grob an. Ach, Bungsu, du Gierige, es ist schon richtig, dass du im Elend lebst, denn für deine Faulheit willst du einen hohen Lohn. Du hast schon so viel gegessen, dass dein Bauch hervorquillt und jetzt bittest du auch noch um den Bruchreis. Wir haben dir schon zu essen gegeben und nun willst du auch noch etwas mit nach Hause nehmen. Findest du, dass denn dein Benehmen sich gehört? Nein, dieser Bruchreis ist nicht für dich, sondern für unsere Hühner. Du bringst uns nur Schande. Unter Tränen antwortete Dang Ni Bungsu Rarang, seid nicht zornig, Schwestern. Wenn es auch schwer fällt, nehme ich den Bruchreis nicht mit. Natürlich fällt es uns schwer. Am Ende willst du auch noch bei uns bleiben. Weinend kehrte Ni Bungsu Rarang dann nach Hause zurück. Der Schweiß floss sie am ganzen Körper, weil sie vom Reisstampfen erschöpft war. Die Tränen strömten ihre Wangen, denn sie war durch die Worte ihrer Schwestern verletzt. Eines Tages ging Ni Bungsu Rarang wieder einmal hierhin und dorthin, um jemanden zu finden, der ihr etwas zur Arbeit geben wollte, aber umsonst. Es gab niemanden, für den sie Reis stampfen durfte. Niemand wollte Feuerholz gespalten haben und keiner trug ihr auf, Wasser zu schöpfen oder das Geschirr zu reinigen. Seit dem vergangenen Abend hatte ihr Magen noch nichts bekommen. Nun, wie hungrig war sie. Ihr Inneres wandte sich und der Magen knurrte ohne Unterlass. Den ganzen Tag über war sie schon gelaufen und jetzt war sie völlig erschöpft. Ihre Gelenke besaßen keine Kraft mehr und ihre Füße wollten nicht mehr weiterschreiten. Da setzte sie sich an das Ufer eines klaren, strömenden Flusses. Nicht weit von ihrem Sitzplatz hockte ein junger Mann und angelte. Für einen Augenblick schaute er zu ihr hin, aber er sprach kein Wort. Aus Furcht, die Fische könnten sich von seinem Köder entfernen, wenn er spreche. Wie Bumsur Rarang schaute seinem Tun zu und ihr Herz klopfte mit dem Jungen, hoffend und besorgt, ein Fisch werde den Köder verschlucken. Plötzlich bewegte sich die Angelschnur. Der Köder hatte gewirkt. Voller Aufmerksamkeit zog der Junge an, der sich krümmenden ruhte. Der Haken sprang nach oben und an seinem Ende hing ein Fisch so groß wie ein kleiner Finger. Der Junge schimpfte unzufrieden. Er hatte geglaubt, ein großer Fisch habe angebissen, denn er hatte nicht mit wirklich bewundernswerte Kraft gezogen. Nun zeigte sich aber, dass der Fisch nur so groß war wie ein kleiner Finger. Ärgerlich wollte er den Fisch tottrampeln. Als Bumsur Rarang das sah, riecht sie, nein, töte den Fisch nicht, gib ihn mir, bitte. Erstaunt schaute der Junge auf Bumsur Rarang und überlegte. Wofür soll ich einen so kleinen Fisch mitnehmen? Er hat ja nicht einmal genug Fleisch zum Essen. Es ist bestimmt gut, ich gebe ihn dieser armen Frau. Dann reichte er den Fisch in die Bumsur Rarang und sagte, nimm ihn. Die Bumsur Rarang nahm den Fisch mit freudigem Herzen. Sie pflückte ein Blatt ab und machte daraus eine Schale, füllte sie mit Wasser und legte den kleinen Finger großen Fisch hinein. Goldfisch, sprach sie leise, nachdem sie ihn genau betrachtet hatte. Die Bumsur Rarang freute sich sehr, dass er den Goldfisch bekommen hatte und vergaß darüber sogar ihren Hunger. Sogleich kehrte sie nach Hause zurück und setzte dort den Fisch in eine Kokosschale, die sie zuvor mit Wasser gefüllt hatte. Dann suchte sie nach Überresten von Bruchreis und streute sie auf die Wasseroberfläche in der Schale. Anfänglich wagte der Fisch nicht, sich an der Oberfläche zu zeigen. Doch als er sich dann sicher fühlte, aß er den Bruchreis, der in der ganzen Schale verstreut war. Die Bumsur Rarang stellte die Schale neben ihre Bettstelle und wenn sie aufbrechen wollte, um Arbeit zu suchen, streute sie zuvor immer Bruchreis auf das Wasser. Auch wenn sie von der Arbeit zurückkam, galt ihr erste Aufmerksamkeit dem Fisch. Die Bumsur Rarang liebte den Fisch sehr und seitdem sie ihn hatte, frühtrückte sie auch das verletzende Verhalten ihrer Schwester nicht mehr so sehr. Sie hatte Unterhaltung, wenn sie mit dem Goldfisch spielte. In ihrer Zuneigung gab sie dem Fisch auch einen Namen. Loing Li Von Tag zu Tag wurde der Fisch größer und als er schon zwei Finger lang war, setzte Nibungsur Rarang Loing in den Teich hinter ihrem Haus. Der Teig war nicht klein und sein Wasser war sauber. Loing schwamm zufrieden herum. Er war jetzt sehr zahm und kannte die Stimme seiner Herren genau. Jeden Tag, bevor Nibungsur Rarang arbeiten ging, kochte sie einen Brei, den sie an den Rand des Teiches brachte. Dann setzte sie sich auf einen Stein am Ufer und rief singend nach Loing. Ihre Stimme war zart und sanft. Loing, Loing, hier ist feiner Reisbrei gestampft in einer Wanne, geworfelt in gelben Schale und gereicht auf einer Platte. Wenn Loing die Stimme seiner Herren hörte, tauchte er zur Oberfläche auf. Seine Flossen bewegten sich hin und her und er schwamm zu den Füßen seiner Herren, die bis zu den Knücheln eingetaucht im Wasser baumelten. Nibungsur Rarang freute sich sehr, wenn sie spürte, wie Loing ihren Fußsohlen und ihre Zehen küsste. Beglückt lachte sie auf und gab Loing den Drei. Wenn kein Brei mehr da war, kehrte Loing zur Mitte des Teiches zurück und verschwand aus ihrem Blick. Nun stand Nibungsur Rarang auf und ging wieder ins Haus. Dies machten sie jeden Tag. Allmählich wurde Loing immer größer und war er vor einiger Zeit nur so groß wie zwei Finger gewesen, hatte er jetzt die Größe einer ganzen Hand. Aber er wuchs immer noch. Schließlich war er so groß wie ein Säugling und seine Flossen waren so lang wie ein Schal, der durch das Wasser wehte und es durchschneidet. Die Flossen glänzten dabei wie Goldstücke. Je größer er war, umso vertrauter wurde er und Nibungsur Rarang lebte ihn immer mehr. Mit der Zeit erhielten auch Nibungsur Rarangs ältere Schwestern davon Kenntnis, dass ihre jüngere Schwester einen zahmen und außergewöhnlich großen Goldfisch besaß. Ihre Haft geregte sich und die Älteste begab sich zu Nibungsur Rarang. Schwester, sagte sie mit süßer Stimme, ist wirklich ein Fisch in deinem Teich hinter deinem Haus? Nibungsur Rarang konnte nicht lügen und bejahte es. Darf ich ihn einmal sehen? fragte die Schwester jetzt weiter. Nibungsur Rarang war herzensgut und hegte anderen Menschen gegenüber keinen Argon. Sie führte ihre Schwester an den Rand des Teiches. Da sah die Schwester Leoling mitten im Wasser an der Oberfläche herumspringen. Wie groß er ist, sagte sie ehrfürchtig. Bestimmt ist er sehr fett. Warum fängst und kochst du ihn nicht? Komm, wir fangen gleich. Lass ihn mich kochen und auch die Gewürze dazu kaufen. Ach, das tut mir leid, Schwester. Von klein an habe ich ihn aufgezogen. Jetzt, da er groß ist, wie kann ich es über mich bringen, ihn zu essen? entgegnete Nibungsur Rarang. Wenn du es nicht über dich bringst, ihn zu essen, gib ihn nur mir, erwiderte ihre Schwester. Ich werde dir auch einen abgetragenen Sarong dafür geben. Nibungsur Rarang blickte ihre Schwester an und schüttelte den Kopf. Nein, ich kann dir den Fisch unmöglich geben, denn Leoling ist mein einziger Zeitvertreib. Ihre Schwester gab noch nicht auf und umschmeichelte Nibungsur Rarang weiter. Doch die blieb fest in ihrer Meinung. Sie wollte Leoling ihrer Schwester nicht geben. Wegen der Vergeblichkeit ihrer Bemühungen wurde ihre Schwester schließlich zornig. Gib acht, Bungsur Rarang, drohte sie. Ich werde dich nicht mehr in meinem Haus lassen. Wage es ja nicht mehr, dich als meine Schwester auszugeben. Ach, bist du wirklich so hart zu mir? meinte da die gutherzige Nibungsur Rarang. Und was ist mit dir, wie? fragte ihre Schwester zurück. Du bist nicht einmal bereit, deiner Schwester einen Fisch zu geben. Aber lege du nur mit deinem Fisch und komme ja nicht mehr in mein Haus. Nibungsur Rarang wagte es nicht, noch etwas zu sagen. Sie weinte, weil ihre Schwester ihre geschwisterlichen Banden zerschnitten hatte, denn sie liebte alle ihre Geschwister, obwohl sie sich immer sehr ungehörig benahmen. Sie wollte nicht, dass ihre geschwisterliche Bande zerschnitten würden, doch konnte sie unmöglich Leoling ihrer Schwester zum Kochen geben. Unter Verwünschungen und ununterbrochen schimpfend ging ihre Schwester nach Hause. Sie wütete, weil sie den Goldfisch nicht hatte mitnehmen können. Nibungsur Rarang blieb zurück und beklagte ihr unglückliches Geschick. Am nächsten Morgen kam eine andere ihrer Schwestern zu Nibungsur Rarangs Haus. Auch sie wollte um Leoling bitten, aber Nibungsur Rarang mochte ihn ihr auf keinen Fall geben. Mit leeren Händen kehrte ihre Schwester um und Nibungsur Rarang weinte weiter, weil auch diese Schwester ihre geschwisterlichen Bande gelöst hatte. Am Morgen des nächsten Tages wie auch an den folgenden Tagen kamen nacheinander alle ihre Schwestern, um Leoling zu erbitten. Aber Nibungsur Rarang wollte ihn auf keinen Fall herausgeben und sie kehrten alle mit leeren Händen und zornrotem Gesicht nach Hause zurück. Und immer weinte Nibungsur Rarang und klagte, dass ihre Schwestern sie verließen und eine nach der anderen ihre geschwisterlichen Bande zerschnitten hatte. Als die sechste Schwester alle Verbindung mit ihr gelöst hatte, fühlte sich Nibungsur Rarang ganz verlassen auf dieser Welt. Jetzt war sie Mutterseelen allein. Zwar hatte sie schon von früh auf einsam gelegt, aber diese Schläge, die ihr Herz trafen, berührten sie hart. Sie hatte gefühlt, wie ihre sechs Schwestern eine nach der anderen sie allein im Dschungel zurückgelassen hatten. Tagelang weinte sie und beklagte, dass niemand mehr kam. Erst als sie daran dachte, dass Liuling noch nichts zu essen bekommen hatte und dass auch ihr Magen verlangte, gefüllt zu werden, stand sie auf, um eine Arbeit und eine Handvoll Reis zu suchen. Zum Hause einer ihrer Schwestern zu gehen, wagte sie aber nicht. Wie Niobongsu Rarang nun nicht zu Hause war, kamen ihre Schwestern an den Rand des Teiches hinter dem Haus, um nach Liuling zu spähen. Liungli war nicht zu sehen und sie rief nach den Goldfisch. Liungli erkannte aber, dass es nicht Niobongsu Rarang war, die nach ihm rief und er blieb unten am Boden des Teiches und kam nicht zur Oberfläche. Weil Liungli nicht auftauchen wollte, wurden Niobongsu Rarang Schwestern zornig und warfen Steine hinter den Teich, sodass das Wasser ganz trüb wurde. Aber Liungli wollte immer noch nicht auftauchen und sie gingen wieder nach Hause. Eines Tages aber, als Niobongsu Rarang Liuling am Teichrand seinen Brei geben wollte, lauerten ihre Schwestern hinter dem Gestrüpp. und den Bambus Gebüsch. Schweigend beobachteten sie Niobongsu Rarangs Verhalten. Dabei hörten sie, wie Niobongsu Rarang singend nach Leungrin rief. Leungli, Leoli, hier ist feiner Reisbrei, gestampft in einer Wanne, geworfelt in einer gelben Schale und gereicht auf einer Platte. Als sie so erfahren hatten, wie Niobongsu Rarang ihren Geliebten für schrieb, schlichen sie sich heimlich nach Hause. Am nächsten Morgen, als Niobongsu Rarang wie gewöhnlich eine Arbeit suchte und sich weit von ihrem Haus entfernt hatte, kamen ihre älteren Schwestern mit einem scharf gewetzten Hackbeil. Beim Teich hinter dem Haus angelangt, ahmten dann eine von Niobongsu Rarang Stimme nach und rief singend nach den Fischen Leongli, Leongli, hier ist feiner Reisbrei, gestampft in einer Wanne, geworfelt in einer gelben Schale und gereicht auf einer Platte. Als Leongli die Stimme hörte, die so sanft wie die seiner Herren klang, kam er sofort zur Oberfläche an und schwamm an den Rand zu den Steinen auf dem gewöhnlichen Niobongsu Rarang saß. Weil er aber ihre schönen Füße nicht im Wasser spielen sah, regte er seinen Kopf über das Wasser hinaus. Aber genau in diesem Moment stak ein scharfes Hackbeil in seinem Kopf. Leongli hatte keine Möglichkeit auszuweichen und war sofort tot. Niobongsu Rarangs sechs Schwestern jauchzen vor Freude. Schnell zogen sie den großen fetten Fisch an Land und schleppten ihn sich abwechselnd in das Haus des Ältesten. Dort schnitten sie den Goldfisch in sechs Stücke und als sie mit dem Teilen fertig waren, warfen sie seinen Kopf auf das Dach der Reisscheune. Niobongsu Rarang kehrte wie gewöhnlich am Nachmittag nach Hause zurück und nachdem sie den Brei gekocht hatte, ging sie an den Rand des Teiches, um Leongli Essen zu geben. Wie immer setzte sie sich auf den Stein, streckte die Füße ins Wasser und bewegte sie hin und her. Aber sie hatte nicht das Gefühl, dass ein zarter Mund ihre Fußsohne und Zehen küsste. Singend rief sie nach Leongli 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 hier ist feiner Reisbrei gestampft in einer Wanne geworfelt in einer gelben Schale und gereicht auf einer Platte. Ihr Lied war zu Ende, aber Leongli war noch nicht zu sehen. Niobongsu Rarang wunderte sich. Gewöhnlich wartete Leongli das Ende ihres Gesanges nicht ab und zeigte sofort seine schönen Flossen. Einmal und noch einmal und ein drittes Mal wiederholte Niobongsu Rarang ihren Gesang, aber Leongli tauchte nicht auf. Niobongsu Rarang wurde besorgt. Sie sang ein viertes und ein fünftes Mal und Leongli zeigte sich immer noch nicht. Es musste sich etwas Ungewöhnliches ereignet haben. Ihre Gedanken arbeiteten, sie befürchtete, Leongli sei von Leuten geraubt worden. Genau betrachtete sie den Teich. Er war ruhig, als ob kein Geschöpf in ihm lebte. Niobongsu Rarang blickte nach rechts und nach links zu dem Gestrüpp hin, das sie dort ausbreitete. Nichts war verändert. Schließlich schaute sie sich an der Stelle auf der sie saß um. Da entdeckte sie hier und dort Blutstropfen und Schuppen. Es gab keine Zweifel mehr. Dieses Blut und die Schuppen stammten gewiss von Leongli. Vom Stein aus sah sie dann die Spur, auf der Leongli weggeschleift worden war. Sorgfältig folgte sie ihr. Ihre Brust war wie eingeschnürt. Sie zurückhalten und unterbrochen beklagte und beweinte sie Leongli. Gebückt folgte sie der Spur der Schuppen und auf dem ganzen Weg flossen ihre Tränen. Schließlich gelangte sie vor das Tor des Anwesens ihrer ältesten Schwester. Nun gab es keinen Zweifel mehr. Ihre Geschwestern waren es, die Leongli gefangen und hierher geschleppt hatten. Sie dachte an den Vorfall vor einigen Tagen, als ihre Schwestern sie um Leongli gebeten und sie ihn nicht herausgegeben hatte. Ihre Schwestern öffentlich anzuklagen, Leongli geraubt zu haben, fragte Niobong Suhraran nicht. Sie wollte nicht, dass ihre Schwestern ihr zürnten. So grüßte sie höflich und bat um Einlass. Als ihre Schwestern ihr die Erlaubnis gegeben hatten, traten Niobong Suhraran ein. Sie fand die Schwester auf der mittleren Veranda sitzend. Sanft fragte Niobong Suhraran Kaka, ich will dich nicht beschuldigen. Ich will nur fragen, ob du vielleicht weißt, wer Leongli gefangen hatte. Wong Suh, schrie da ihre Schwester scharf, warum schmähst du mich in solche Weise? Beschuldigst du mich gestohlen zu haben? Wer wird glauben, dass ich einen Fisch gestohlen habe? Ich bin reich, nicht so arm wie du. Was soll ich mit einem Fisch? Ich habe genug Geld. Ich kann mir täglich 100 Fische wie diesen kaufen. Ich habe es nicht nötig, dein Besitz zu rauben, den Besitz seiner Armen. Schwester, werd nicht zornig, sagte jetzt nie Bums oder Rang schüchtern. Habe ich eben nicht gesagt, dass es nicht meine Absicht ist, dich zu beschuldigen? Ich will ja nur fragen. Mach deinen Mund nicht so auf, schrie ihre Schwester weiter. Geh jetzt nach Hause, verlass mein Haus. Ich bin nicht gewillt einen so geizigen Menschen Grund betreten zu lassen. Haben wir außerdem nicht kürzlich unsere geschwisterlichen Verbindungen abgebrochen? Geh, schnell! Als Nio Bungs Rang diese ungeheuerlichen Beschimpfungen von ihrer Schwester vernahm, stand sie auf. Ihre Tränen flossen immer stärker. Sie wollte davon gehen. Doch als sie in den Hof kam, hörte sie ein Huhn laut gackern. Kotak, Dongklak, Kotak, Kotak, Dongklak. Der Kopf von Liu Ling liegt auf dem Dach der Reisscheune. Als Nio Bungs Rang das Gackern des seltsamen Huhnes hörte, war sie wie betäubt und machte keinen Schritt mehr. Aufmerksam verfolgte sie das Gackern, das nicht enden wollte. Wie nun ihre Schwester Nio Bungs Rang schweigend dastehen und dem Gacken der Hände lauschen sah, stieg ihr Zorn empor. Sie nahm einen Stein und schrie, Freches Huhn, kümmere dich um dich selbst. Du sollst mich nicht in Verlegenheit bringen, du verfluchtes Tier. Dann stieg sie auf das Dach der Reisscheune, nahm Leo Leolings Kopf und legte ihn zwischen die Pfähle unter dem Haus. Doch sogleich gackerte das Huhn wieder und teilte Nio Bungs Rang mit, Kotak, Kotak, Dongklak, Kotak, Dongklak, der Kopf von Leoling liegt zwischen den Pfählen unter dem Haus. Als Nio Bungs Turarangs Schwester das Gackern des Huhns wieder hörte, nahm sie schnell den Kopf dort weg, trug ihn in die Küche und legte ihn in einen Krug. Aber die Hände war wieder zu hören. Kotak, Dongklak, Kotak, Dongklak, der Kopf von Leoling liegt unter dem Krug. Die Schwester hatte sich vergebens bemüht. Voller Zorn hörte sie die freche Hände. Dann nahm den Kopf und die Hände starb sofort. Welches Huhn verflucht es, verrecke, schrie die Schwester. Dann nahm sie Leolings Kopf aus dem Krug und warf ihn in den Hof vor Niu Bungsura ran, die noch immer da stand und das Verhalten ihrer Schwester beobachtete. Hier, nimm den Fischkopf da, wenn du meinst, du seist zu kurz gekommen. Ich esse nicht gerne Fischköpfe. Als Niu Bungsura rang den Kopf von Leoling ihren geliebten Goldfisch sah, jammerte und klagte sie. Dann hob sie ihn sorgfältig auf und trug ihn liebevoll nach Hause. In ihrer unendlichen Trauer und in ihrem Graben beklagte sie, ohne einmal aufzuhören, Leoling während des ganzen Weges. Zuhause angekommen, reinigte sie sorgfältig den Kopf des Goldfischs. Dann wickelte sie ihn in eine Spanne weißen Tuchs, gab ihm eine Pandanuss Blüte dazu und begrub ihn sorgfältig unter ihrer Bettstadt. Sie bestattete ihn dort, weil sie befürchtete, jemand könnte Leolings Grab verletzen. Einige Wochen waren vergangen. Niu Bungs oder Rangs Trauer begann ruhiger zu werden. Dann und wann dachte sie an ihn, Leolings, ihren geliebten Fisch und dann flossen ihre Tränen, weil die Trauer ihr Herz bewegte. In Erinnerung an den traurigen Tod Leolings war sie noch immer bekümmert. Einmal wöchentlich reinigte sie das Grab von Leolings Kopf unter ihrer Bettstadt und breitete Blumen darauf aus. Monate waren vergangen, als auf einmal aus dem Grab eine glitzernde Pflanze wuchs. Anfänglich hielt Niu Bungs oder Rang die Pflanze für ein Unkraut, das das Grab zerstören könnte und wollte sie herausreißen. Dann aber hatte sie Mitleid und ließ die Pflanze wachsen. Sie entwickelte sich schnell. Ihre Blätter waren schön und unterschieden sich von allen anderen Blättern, denen man auf der Welt begegnet. Sie glitzerten und funkelten wie Edelsteine. Auch der Stamm sah aus, als er ganz aus Silber. Schließlich wuchs aus den Zweigen eine runde Frucht heraus. Sie strahlte und funkelte. Es war ein Diamant. Niu Bungs Rang freute sich sehr am Anblick dieses wundersamen Baums. ihn abzupflücken brachte sie nicht übers Herz. Sie gedachte Leon links, wenn abends vor dem Einschlafen die Blätter und ungewöhnlichen Früchte vom Wind sachte gestreift wurden und ein zarttönendes Geräusch hervorbrachten. Eines Nachts aber machte der Vorsteher des Gebiets, in dem auch Niu Bungs Rang lebte, einen Rundgang durch die Dörfer. Als er nahe bei dem Haus von Neobungs Rang mit den vermoderten und durchlöcherten Wänden vorbeikam, blieb er stehen, weil er ein sanft klingendes und höchst freundliches Geräusch vernahm. Er hörte aufmerksam hin und stellte fest, dass dieses Geräusch aus einem Haus kam. Weil es ihn befremdete, ging der Gebietsvorsteher hinüber, um in die Hütte zu spähen. Wie er erschrak, was er sah, war ein höchst wundersamer Baum, der unter der Bettstadt eines armen abgemagerten Mädchens wuchs. Er fragte seine Begleiter, ob sie das Mädchen kannten. Dieses Mädchen ist ein Waisenkind, es heißt Neobungs Rang, antwortete einer von ihnen. Sie lebt in Armut und Not. Aber unter ihrer Bettstadt wächst ein wundersamer Baum, dessen Wert wahrscheinlich höher ist, als der eines Königreichs, murmelte der Gebietsvorsteher. Wie ist das möglich? bemerkte da ein anderer. Aber aus seiner Stimme war nicht zu hören, ob er die Worte seines Herren anzweifeln wollte. Der Begittsvorsteher sprach nicht mehr viel, sondern berichtete gleich am nächsten Morgen sein ungewöhnliches Erlebnis dem Herrscher. Als der Herrscher den Bericht des Gebietsvorstehers vernommen hatte, wurde er neugierig und befahl, bitte bring das Mädchen mitsamt dem wundersamen Baum vor mich. Am darauffolgenden Morgen brachte man Niobong Surarang vor den Herrscher. Der Herrscher fragte sie sogleich nach allem und Niobong Surarang antwortete ihm offen von wie es sich gehört und ihre Tränen hörten in Erinnerung an all ihre Erlebnisse nicht aufzufließen. Während der Herrscher den traurigen Bericht hörte und das unglückliche Schicksal dieses anmutigen Mädchens vernahm, fühlte er, wie er sich in sie verliebte. Ja, aus Ergriffenheit kamen auch ihm die Tränen und wie Niobong Surarang von ihren Leiden berichtete, prüfte er das elternlose Mädchen genau. Je länger, je mehr wurde er von der Unglücklichen angezogen. Als Niobong Surarang dann von der Niedertracht ihrer sechs Schwestern berichtete, wurde der Herrscher ebenfalls sehr böse und zornig. Und als Niobong Surarang dann mit ihrer Erzählung fertig war, fasste der Herrscher den Entschluss, sie zu bitten, in seinem Palast zu bleiben, als seine Gemahlin. Als Niobong Surarang diese Bitte vernahm, fing sie an zu stottern und konnte fast nicht mehr sprechen, aber nicht, weil sie den Antrag nicht annehmen wollte. Einige Wochen später schloss der Herrscher Niobong Surarang das ehemals elende und arme und bedrängte Mädchen im Palast die Ehe. Auch nachdem Niobong Surarang die Gemahlin des Herrschers geworden war, erinnerte sie sich ihrer sechs Schwestern. Und obwohl sie noch genau an ihre frühere Niedertracht dachte, wollte sie es ihnen nicht vergelten, denn sie war ein gutherziger Mensch. Ja, sie gab ihnen sogar Geschenke von unsagbarer Größe. Da bereuten die Schwestern und versprachen von ihrer Habgier und Niedertracht gegenüber ihren Mitmenschen zu lassen. Seitdem lebten die sieben Geschwestern einnütig in Ruhe und Wohlstand. D D D D D D Vielen Dank.